Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini und heute stelle ich dir mein Entliebungsprogramm vor. Also dranbleiben! Die Liebe ist nicht nur ein seltsames Spiel, sondern führt auch dazu, dass sich die meisten von uns energetisch wahnsinnig verausgaben. Und man kann sich das so vorstellen, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir 100 Beziehungsschilling, oder jetzt sind es ja Euro, 100 Beziehungseuro mit und wir beginnen uns zu verausgaben. Die erste Liebe kostet uns gleich mal 40 Euro, da sind wir verschwenderischer, dann schrauben wir zurück 20 Euro, 10 Euro, 5 Euro, dann sind es vielleicht nochmal 2, 3 Euro. Aber irgendwann wird es etwas knapp im Börsen. Also wir müssen schauen, wie kriegen wir die Liebesenergie wieder zurück, wie kriegen wir die Möglichkeit wieder zurück, wie verausgaben wir uns nicht so. Und deshalb habe ich das Entliebungsprogramm gestartet, damit diese Energien wieder zu dir zurückkommen. Und zurückkommen können sie nur, wenn du mal einen klaren Schlussstrich ziehst mit einer Beziehung. Und deshalb jetzt meine drei Tipps zum schnellen Entlieben. Tipp Nummer 1 ist, alles weg, was dich an den Ex erinnert oder die Ex erinnert. Das heißt, Urlaubsfotos löschen, Nummern vom Handy löschen, WhatsApp-Verläufe löschen, Facebook-Profil entfreunde dich. Lösch das ganze Zeug weg einmal und wirf auch ganz radikal alles raus oder bring es zum Pfandhaus oder von mir aus auf will haben, was dich noch an den Ex oder die Ex erinnert. Denn du kannst dir vorstellen, sobald du wieder dich triggerst mit irgendeiner Erinnerung, ob es jetzt eine schöne oder eine recht hässliche ist, kommst du wieder rein, rutschst du zurück und das kostet permanent Energie. Das heißt, wenn eine Trennung stattfindet, schließe klar ab. Hab nicht noch irgendein Relikt von der Beziehung daheim, mach ganz klar einen klaren Strich drunter. Und lass es einfach sein, um so abschließen zu können. Mein Tipp Nummer 2, also wenn die Bude leer geräumt ist, schau auf das, was wirklich da ist. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Erdungsübung. Denn wenn du klar geerdet bist, dann wird auch der Trennungsschmerz leichter und fällt weg. Und auf das Schauen, was da ist, hilft dir außerdem, dass du mehr Vertrauen wiederkriegst. Das heißt, schau auf deine Wohnung, das Dach über den Kopf, von mir aus das Haustier, wenn es noch da ist oder wenn du eines hast. Aber schau auf die Dinge, die in deinem Leben sind und die nichts mit dem Ex oder der Ex zu tun haben. Also wenn eine Trennung stattgefunden hat, egal wie schmerzhaft die ist, konzentrier dich auf die Dinge, die du noch hast. Nicht nur die materiellen Dinge, sondern auch deine Hobbys, deine Talente. Fang wieder an, mehr Instrument zu spielen oder Sport zu machen. Triff dich mehr mit deinen sozialen Kontakten. Bau solche Sachen wieder mehr aus und stabilisier das mehr. Das wäre auch ein ganz, ganz guter Tipp, dass du möglichst schnell aus diesem Trennungsschmerz rauskommst. Du wirst merken, wenn du dich auf das konzentrierst, siehst du, wie reichhaltig dein Leben eigentlich ist und dass sich nicht nur alles um diese eine Person, um diesen einen Partner gedreht hat. Also schau einfach, dass du vielfältig wirst. Oder wenn du dich nur auf diesen Partner konzentriert hast, dass du dann anfängst, mit dieser selben Kraft und dieser selben Dynamik dich deinem Leben zu widmen und schauen, dass du dann neue Sachen einfach angehst. Schreib dich in den Tanzkurs ein, keine Ahnung, fang ein Hobby an, irgendwas, was du dir schon gewünscht hast. Schau, dass du diese freien zeitlichen Kapazitäten positiv nützen kannst für dich. Mein dritter Tipp ist, sei dankbar und sag Danke für das, was gewesen ist. Das heißt, Dankbarkeit öffnet, macht weicher und lässt Energie frei. Wenn du jetzt im Gegensatz zu Danke, dass wir das und das erlebt haben, so mental sagst, dann bist du offen. Wenn du im Gegensatz sagst, ich vermisse ihn aber so, ich will aber diese Momente wieder haben, ich möchte das alles halten, ich möchte das alles erhalten, ich möchte das alles wieder da haben, dann merkst du schon, das zieht dich zusammen und macht dich enger. Dann kommt Trauer, dann kommt wieder die Verlustangst, dann kommt die Sehnsucht stärker rein. Wenn du einfach sagst, Danke und danke für diese schöne Zeit und nicht, ich vermisse dich, ich brauche dich, sondern danke, dass ich das und das erlebt habe mit dir, dann bist du auf einem guten Weg, die Energie fließen zu lassen und so abzuschließen und so wieder schneller in deine Urkraft zurückzukommen. Also Dankbarkeit ist immer besser als dieses Vermissen. Immer eher Danke sagen. Und auch wenn dann solche Trigger passieren, du sagst, du bist in einem Restaurant, wo ihr mal schon gegessen habt, dass du sagst, ja danke, dass ich das mit dir erleben durfte und jetzt bin ich ja da oder danke, dass ich das Restaurant gezeigt bekommen habe. Wie auch immer, schau, dass du dankbar bist, das macht dich auf, das macht es weicher. Mein Zusatztipp ist, und das solltest du dir auch vorhalten, dass auch andere Mütter schöne Söhne haben und andere Mütter schöne Töchter haben. Das heißt, es war sicher nicht die eine großartige Liebe, die unersetzbar ist. Das ist Blödsinn. Auch wenn du eine schöne Beziehung hattest, wenn du tiefer gehen konntest als in anderen Beziehungen, heißt das nicht, dass das deshalb diese Vorbestimmung war. Das heißt einfach nur, du hast dich von Beziehung zu Beziehung weiterentwickelt, bist reifer geworden, hast deine Erfahrungen umgesetzt, hast dir eine andere Partnerin, einen anderen Partner gesucht und hast deshalb auch dich anders in diese Beziehung einlassen können. Aber es stimmt eben nicht, dass ich sage, so eine wie dich oder so einen wie den finde ich nie wieder. Das stimmt so nicht. Das ist eine Denkfalle und auch das kostet wahnsinnig viel Kraft und auf Dauer würde dich das irrsinnig verausgaben. Außerdem, und das ist ein weiterer Tipp, ein Achtsamkeitstipp, dort wo du dein Bewusstsein hinschickst, ist es auch. Das heißt, wenn du die ganze Zeit an deinen Ex denkst oder deine Ex denkst, dann ist das Bewusstsein, die Energie genau bei dieser Person. Ob du dich ärgerst, ob du traurig bist über diese Person, das spielt gar keine Rolle. Deine Energie geht dir flöten und verschwindet im Nirwana. Das heißt, wenn du dir permanent Gedanken machst, ob er jetzt eine andere küsst, ob er jetzt mit einer anderen glücklicher ist, ob er jetzt mit einer anderen gerade schläft oder nicht, das sind alles Selbstgeißelungsgedanken und die würde ich sofort streichen. Wenn sich die einschleichen, schau gleich mal, nein, weg damit. Es kann natürlich auch sein, wenn sich dein Ex einschleicht bei dir, so mental, dass der an dich denkt. Ja, dann putz ihn auch raus. Und du hast das ja dann schon physisch gemacht, indem du die ganzen Sachen, die von ihm noch da waren und die Erinnerungen alle rausgelöscht hast. Dann mach das auch energetisch, mach immer die Türen zu und sage einfach so, XY hat keinen Zugang mehr zu mir. Der Patrick, die Doris, die haben keinen Zugang mehr. Punkt. Zu. Gemacht. Die ganze Sache. Also das wären so wirklich so Tipps, wie man sich schneller entliebt. Generell ist zu sagen, dass jegliche Form von Intimität, von Sex natürlich, eine energetische Vermischung ist. Aber man muss jetzt auch kein Drama draus machen. Denn wenn man in der Physis nicht mehr zusammenkommt, dann wird es auch energetisch sich lösen, dieses Band. Also es ist ganz wichtig, natürlich dann auch nicht noch einmal, weil es so schön war, um der alten Zeiten willen, nochmal mit dem Ex ins Bett zu hüpfen, ist jetzt nicht energetisch die beste Idee. Gut. Ich hoffe, du kannst etwas von dir umsetzen. Oder ich hoffe, du musst es nicht umsetzen, weil du permanent eine glückliche Beziehung hast. Aber auf jeden Fall achte darauf, wo ist deine Aufmerksamkeit, wo ist deine Energie und wie bleibt diese Energie bei dir. Wir haben uns viel verausgabt, keine Frage, aber man kann sich diese Energie auch zurückholen. Ich habe auch hier am Kanal und werde auch unten noch in den Kommentaren einfach mal verlinken zu Meditationen, wo man das auch noch einmal auf eine meditative Art und Weise verinnerlichen kann und noch einmal abschließen kann mit den Ex-Partnern. Es gibt eine gute Meditation hier am Kanal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Wenn dir dieses Video gefallen hat, teile es, Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal. Du hilfst mir irrsinnig damit. Und wir hören uns demnächst wieder mit neuen energetischen Tipps. Dein Oliver Errini, medialer Energetiker. Energetik, die wirkt. Tschüss und alles Gute.